Möchten Sie anspruchsvolle HD-Videos aufnehmen und Ihre Familien- oder Urlaubserinnerungen in überragender HD-Qualität festhalten? Dann ist der Traveller DV10 HD Camcorder mit seiner HD-Videoauflösung genau die richtige Wahl. Technisch überzeugt der Camcorder zusätzlich zu seiner Full-HD-Videoauflösung von 1920x1080 Bildpunkten noch mit einem 10-fach optischem Super-Zoom, welcher es Ihnen ermöglicht, alle Momente ganz nah heranzuholen. Dadurch dokumentieren Sie Ihre Erlebnisse detailreicher und schöner als je zuvor. Mit dem grossen 3 Zoll TFT Touchscreen Farbmonitor können Sie ganz bequem Ihre Aufnahme überwachen und sich später Ihre Videos und Fotos ansehen. Durch die Touchscreen-Funktion können alle Funktionen und Einstellungen sehr bedienerfreundlich direkt über den Monitor angewählt und ausgeführt werden. Oder möchten Sie Fun und Action über das Internet mit Freunden und Verwandten teilen? Dann kommt Ihnen ein weiteres Highlight des Camcorders genau richtig. Die YouTube Direct-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Videoclips ohne viel Aufwand direkt im richtigen Dateiformat Länge und Qualität mit nur wenigen Klicks direkt ins Web zu laden. Wenn Sie jetzt Ihre Videoclips mittels der Slow-Motion und Zeitraffer-Funktionen noch etwas zusätzlich in Pepp verleihen, wird Ihr Video ganz schnell Oscar-reif. Durch die USB-Ladefunktion können Sie Ihren Traveller HD-Camcorder bequem überall auf der Welt laden. Auch falls mal gerade keine Steckdose in der Nähe sein sollte, einfach an einem Computer oder Laptop anschließen und schon kann Ihr Camcorder neue Energie tanken. Mit dem umfangreichen Zubehör wird der HD-Videospass abgerundet. Der Traveller DV10 HD-Camcorder wird mit einer 4 GB SD-Speicherkarte, einem Lithium-Ionen-Akku, einem USB-Netzladegerät, der Videobearbeitungssoftware, einer Tragetasche mit Trageschlaufe sowie einem USB, einem HDMI und einem Videokabel geliefert. Die dreijährige Garantie macht Ihr Traveller DV10 HD Komplettset zum Rundum-Sorglos-Paket. Traveller DV10 HD – Ihr Camcorder für anspruchsvolle Full-HD-Videos.